Hallo Leute, hier ist wieder euer Lieblings Milo. Seid ihr motiviert? Kommt mit, ich zeige euch, was ich heute wieder Tolles gemacht habe. Zuerst habe ich den Boden gekehrt. Mach ich schon gut, oder? Danach habe ich meine Lieblingsarbeit gemacht. Oh, lecker, ich rieche Burs. Na, soll ich auch deine Hausarbeit machen? Ich nehme aber nur Wiener Würstchen als Bezahlung. Und merke dir eines. Wenn du mich nicht abonnierst, schnappe ich dich.